das ist gesehen zur perfektion ist mein niemand kann so gut weh schießen wie du als nicht zurück so wie computer entertainment ziel und 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 mal gucken wie gut die sind auf jeden Fall versucht so passiv wie möglich zu spielen ich hab ehrlich gesagt keine Lust dass diese early game champions ein Weg kriegen weil wir haben glaube ich definitiv das late game ich hab das kann vladimir im late game nicht rausholen gegen eine Asche und eine Maokai das sehe ich nicht die Pflanze da ist eigentlich ganz gut ja ich will eigentlich nur champions die irgendeine Art und Form von Vision Control haben weil es mich das ultra aufregt dass ich kein wort besetzen kann also setzt sich halt einfach einen Terroristen oh nein ist ja falsche Wunderbar ja ja oh nein eben Lust jetzt krieg ich meinen Schuhen und deshalb konnte ich mir auch meine Schuhe am Anfang kaufen oh nein oh nein oh nein das ruiniert das ruiniert grad mein ganz neid zum Bild ich hab auch ult reicht die ult über die wall ja dürfte reichen oh mein Gott und die Stinn hat auch ult ja meinte gut ult oh ich hätte sogar beide gemisst fuck die Stinn hat äh auch geult hat schon geultet eben die Stinn ist grad bei den Wölfen jo ich komm weil ich komm ich komm mal in deine Richtung aber ich brauch noch kurz also ich bin noch ein bisschen weit weg oh der CC der stand einmal grad zu drehen warte ich komm 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 er hat seine ulti gemisst oh das ist bitter ja ist das 2d nein das ich abbekommen hab ist das oh wow what the fuck wie viel Q-Damage hat er gemacht ja das ist die dritte Q ich habe sage und schreibe 500 true damage bekommen nein nein ich hasse eh genau nicht Achtung äh listen kommt boah die sind halt auch die überleben halt irgendwie auch lucky die ganze Zeit ist traurig alter 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 tschüss philips unser carry heute ja tschüss tschüss kreis jetzt mal macht es ein wort dahin wenn ich da gerade bin was für ein wort ja das wort ist kein wort das achso ich meinst du trinkert das ist das Auge das Auge ist das Auge der Geiline das Auge von Zorn neuer Versuch das war furchteinflößen ich hab Angst gemacht das ist ein wunder er hat dich angefasst und du bist unverwundbar bleib mir kommt zu euch bleib mir kommt zu euch bleib mir kommt zu euch ich wollte zu euch ja die können mich halt einfach nicht töten weil die nur physical damage machen das ist echt nice Alter mein Nutzen dieses Gamer ist nicht gut der macht keinen physical damage I'm out of here okay ich auch fuck that guy ich wollte ihn flatt holten was kommt der die sin in der ließen dürfte aber dafür sterben ich könnte heulen man was ist dich äh vladimir's muss was wir eben wir sind alle da pass auf oh gott alter ja ich kann nicht machen ich kann nicht machen das kann ich nicht machen das kann ich nicht nicht machen das kannst du nicht gegen vladimir bauen Magier ist ganz ja das ist zum Beispiel ich überlege grad ob sie nö ne ne vladimir bringt mich halt hart um extrem hart uns alle wir haben halt alle keine Magieristanz 800 der menschen gemacht das ist ja schon der main damage von xinzau ist sein witz end ist auch nicht was ich davon halten soll mir was signal ist gut das ist sicher immer guter standard ich habe mir gereicht auf ihn ist ja schön sehr schön da hat er sich von mir erzählen lassen vor allem zu zweit werden wir für das defil ewig brauchen wahrscheinlich nein der mensch knight weil wieder natürlich kaufen wir auch nur mehr jetzt ja die machen will meyer was sie direkt meinen wohl drängen ich bin zu da ich bin kurz und jetzt ich bin nur kurz auf stehen gegangen damit unser typ überlebt hier ich habe noch die theoretisch das war ein guter fight für uns ich gehe auf den inhib direkt scheiß auf alles andere die mini ist pushen jetzt oben rein also einfach hier weiter stress machen heute gott dieses heilung okay der hat sich einfach um 600 leben gehalt gefühlt ich habe mir das gefühl wir können uns nicht umbringen mein sunfire schüttet ihn einfach irgendwann sterbe ich dann halt doch wird ließ und da ist ich mein jesus christ ich hoffe mir auch ich meine ich habe so lange gelebt das ist und sie mindestens am top gepusht von der heilung von der ollen kopf dem ollen kaputt machen oder der werden das leben halten ich glaube ich baue dann noch eine sound oder sowas dann hat er weniger heilung wie sie das war ich weiß nicht warum es passiert aber ich finde es gut da war so leid von skandina flüten und den inhib ja wenn wir schon da sind können wir da auf dem rückblick will meyer machen ich komme jetzt auch mal ja ich habe will meyer gesagt ich bin für grill meyer das klingt besser das lieben gar nichts zu tun oder grill meyer von wegen dem gezipft von grill war der so langweilig ist ist natürlich auch eine option der video das sieht schön aus ich habe ihn kleidet ich habe uns gesmited sehr schön nein das ist ein kick alter wenn du jetzt hast du mich ungebrochen in dem direkt schau einfach drauf das machen die minions ich habe ihn weg ich glaube ich sollte beide in der antrag das wäre besser ich meine ich denke ihn und den tag ich sterb nicht mein what the fuck ich habe sich maokai ausgedacht gg in dem modus ist maokai echt genial nice ich bin jetzt erschläufend das ist doch schön ja man weigert sich grad auf zu holen dafür kriegst du ein gg danke nein wir waren so kurz vor 88 lp jetzt hat mir 89 hallo darf ich okay dann ohne ich halt nehmen ohaja ich darf nicht mein lol kommt nicht auf ich hab das ohne so verdient denn mir steht hier immer noch game is still in progress das ist ne blatante lüge ja ja